Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patrick von den Coffee Tasters und in den letzten drei Wochen haben wir den beliebten Philips Latte Go 5400 für euch getestet. Ob uns der Vollautomat überzeugen konnte, erfahrt ihr jetzt im Video. Wir hatten vor ein paar Jahren bereits den Latte Go 3200 mit fünf Getränken in unserem Test und von dem waren damals viele von euch begeistert. Besonders das innovative Milchsystem, das nur aus zwei Teilen besteht und sich besonders leicht reinigen lässt, konnte euch damals überzeugen. Beim Latte Go 5400 habt ihr sogar zwölf Getränke zur Auswahl und könnt noch genauere Einstellungen über das Display vornehmen. Das alles schauen wir uns jetzt gleich im Detail an. Wir haben euch übrigens genau dieses Modell hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr auch einen Link zum ausführlichen Testbericht auf unserer Website, wo ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen könnt. Außerdem könnt ihr dort sehen, wie dieses Modell hier im Vergleich zu anderen Vollautomaten abgeschnitten hat. Doch genug gequatscht, jetzt legen wir erstmal los. Wir starten mit dem Bodenfach. Das findet ihr oben mittig auf dem Vollautomaten. Richtig gut gefällt uns der abgedunkelte und luftdicht verschlossene Deckel. Denn so bleibt das Aroma eurer Boden optimal erhalten. Sobald das Fach leer ist, erscheint dieser Hinweis im Display. In das Fach passen knapp 300 Gramm Kaffeebohnen, die für gut 30 Getränke reichen. Durch die große Öffnung lässt es sich einfach auffüllen und da es kaum Ecken gibt, rutschen die Bohnen immer gut nach. Der Wassertank befindet sich auf der rechten Seite des Vollautomaten. Ihr könnt ihn einfach nach vorne herausziehen. Das ist besonders praktisch bei Hängeschränken. Es passen bis zu 1,8 Liter in den Tank, die für rund 12 bis 15 Getränke reichen. Das ist auch die optimale Größe, da das Wasser immer möglichst frisch sein sollte. Übrigens erscheint dieser Hinweis im Display, sobald der Wassertank leer ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn auch komplett entnehmen und unterm Wasserhahn auffüllen. Die Philips Latte Go Reihe ist modern und mit einer Breite von nur 25 Zentimetern sehr kompakt. Ideal auch für kleine Küchen. Wie die meisten Vollautomaten besteht auch dieses Gerät überwiegend aus Kunststoff. Dafür sind die einzelnen Teile hochwertig und passgenau verarbeitet. Kleine Abzüge gibt es für den locker sitzenden Deckel. Der könnte etwas dichter sein. Das Abtropfblech aus Edelstahl bekommt leider schnell mal einen Kratzer. Hier müsst ihr etwas aufpassen oder eine Schutzfolie verwenden. Jetzt wollen wir euch aber endlich die Getränke zeigen. Dazu schalten wir den Vollautomaten zunächst ein. Jetzt heizt sich das Gerät auf und spült die Leitung mit heißem Wasser durch. Nach knapp einer Minute ist der Start klar. Damit ist der Latte Go 10 bis 15 Sekunden langsamer als andere Vollautomaten. Mal sehen, ob dafür aber auch schon das erste Getränk richtig heiß wird. Ihr bedient das Gerät über dieses moderne Touchdisplay. Das ist leicht schräg, damit ihr es von oben gut lesen könnt. Die wichtigsten Getränke werden euch hier als Bilder angezeigt. Wenn wir ein Getränk antippen, kommen wir direkt zu den Einstellungen. Über diese Touchknöpfe können wir jetzt alles einstellen. Ganz hier unten aktiviert ihr das Kaffeepulverfach, falls ihr vorgemahlenes Kaffeepulver verwenden möchtet. Dazu füllt ihr einen Löffel Kaffeepulver in dieses Fach hier oben. Die Kaffeestärke könnt ihr in fünf Stufen anpassen. Je höher die Stufe, desto mehr Kaffeebohnen verwendet der Vollautomat. Ganz oben aktiviert ihr noch den Extra Shot. Was das ist, zeigen wir euch später noch beim Latte Macchiato. Damit wir einen kräftigen Espresso erhalten, stellen wir jetzt Stufe 5 ein. Denn dann verwendet der Vollautomat die optimalen 7 Gramm Kaffeepulver. Vor der Getränkezubereitung solltet ihr außerdem den richtigen Mahlgrad einstellen. Ihr findet den Regler fürs Mahlwerk direkt im Bohnenfach. Hier habt ihr zwölf Stufen zur Auswahl. Je kleiner die Stufe, desto feiner werden eure Kaffeebohnen gemahlen. Ihr solltet das Mahlwerk nur während des Mahlvorgangs und nur um maximal eine Stufe verstellen. Ab Werk ist Stufe 6 eingestellt. Für unseren Test haben wir bereits Mahlgrad Stufe 4 eingestellt, denn damit haben wir die besten Ergebnisse erzielt. Im nächsten Schritt stellen wir die Wassermenge ein. Auch hier habt ihr fünf Stufen zur Auswahl. Von Vorteil ist, dass euch hier die konkreten Milliliter angezeigt werden. Beim LatteGo 3200 hatten wir ja nur drei Stufen für kleine, mittlere und große Tassen. Da wussten wir nie genau, wie viel wir auf welcher Stufe erhalten. Beim Espresso sind eigentlich nur die unteren Stufen relevant, denn je mehr Wasser durch den Kaffeepuck gepresst wird, desto mehr Bitterstoffe werden gelöst. Daher solltet ihr einen Espresso mit maximal 30 oder 40 Milliliter beziehen. Hier drüben könnt ihr noch den Doppelbezug aktivieren, wenn ihr zwei Tassen gleichzeitig zubereiten möchtet. Dann führt das Gerät auch zwei Mahl- und Prüfvorgänge durch. Den Doppelbezug könnt ihr übrigens für Espresso, Kaffee und Americano aktivieren. Ihr seht, das Menü ist bewusst einfach gehalten und nahezu selbsterklärend. Das Display reagiert auch schnell und zuverlässig. Jetzt positionieren wir unsere Espresso-Tasse, stellen den Kaffeeauslass bis ganz nach unten und los geht's. Im Gerät ist übrigens ein hochwertiges Scheibenmalwerk aus Keramik verbaut. Laut Philips soll das mindestens 20.000 Mahlvorgänge schaffen. Bei 5 Tassen am Tag wären das über 10 Jahre. Was die Lautstärke angeht, liegt das Mahlwerk genau im Mittelfeld. Wir haben hier 67 Dezibel gemessen. Nach guten 40 Sekunden ist unser Espresso auch schon fertig. Wir messen hier 67, 68 Grad. Das ist eigentlich schon perfekt. Wem das noch nicht heiß genug ist, der kann unter Settings die Temperatur auch auf hoch stellen. Wir haben alle Getränke auf mittlerer Stufe bezogen. Das ist auch absolut ausreichend. Ihr seht, die Crema hat eine gleichmäßige hellbraune Farbe. Sie ist auch schön dicht und nicht zu flüssig. Wenn ich diesen Löffel hier eintauche, schließt sie sich auch direkt wieder. Genau so muss das auch aussehen. Geschmacklich ist der Espresso aromatisch und ausbalanciert. Er könnte allerdings noch einen Tick intensiver sein. Als nächstes möchten wir einen Kaffee beziehen. Dazu stellen wir die Kaffeestärke diesmal auf Stufe 4. Bei der Wassermenge habt ihr wieder 5 Stufen zur Auswahl, wobei es diesmal mit 100 Millilitern losgeht. Dann habt ihr 120, 150 Milliliter und so weiter. Je mehr Wasser durch den Kaffeepuck gepresst wird, desto mehr Bitterstoffe werden herausgelöst. Für möglichst viele Aromen sollte daher die Wassermenge möglichst gering sein. Wir empfehlen maximal 120 Milliliter je Kaffeepuck. Wollt ihr eine große Tasse Kaffee beziehen, könnt ihr einfach den Doppelbezug aktivieren. Dann führt das Gerät automatisch einen zweiten Mahlvorgang durch und ihr erhaltet einen zweiten Kaffeepuck für euer Getränk. Für unsere 250 Milliliter Tasse haben wir zweimal 120 Milliliter bezogen. Für eine Tasse Kaffee benötigt der Vollautomat 56 Sekunden. Beim Doppelbezug knappe zwei Minuten. Wir messen optimale 71 Grad. Geschmacklich ist der Kaffee ebenfalls gut und hat sogar eine schöne Crema. Die Aromen kommen gut zur Geltung und dank der kurzen Extraktion sind kaum Bitterstoffe vorhanden. Jetzt schauen wir uns die Getränke mit Milchschaum an. Dafür brauchen wir diesen Lattego Milchbehälter hier. Der Behälter besteht nur aus zwei Teilen und kommt komplett ohne Schläuche aus. Es ist auf jeden Fall das simpelste System aller Vollautomaten, die wir bislang getestet haben. Durch dieses kleine Loch wird die Milch angesaugt und dann über diesen Kanal nach oben geleitet. Von hier kommt im gleichen Moment der heiße Wasserdampf, um die Milch dann in dieser kleinen Kammer aufzuschäumen. Der Milchschaum wird also direkt im Milchbehälter zubereitet und kommt gar nicht erst ins Innere des Vollautomaten. Das ist beim Reinigen besonders praktisch, wie ihr später noch sehen werdet. Jetzt nehmen wir den Behälter, setzen ihn hier oben im Rahmen an und drücken ihn dann unten fest bis er richtig einrastet. Nun können wir ihn auch schon mit Milch befüllen. Wir verwenden immer kalte Milch mit einem Fettgehalt von 3,5 Prozent, denn dann wird der Milchschaum schön cremig. Ihr könnt natürlich auch pflanzliche Alternativen oder fettarme Milch verwenden. Es passen gut 250 Milliliter in den Tank, die für drei Cappuccino oder zwei Latte Macchiato reichen. Dann hängen wir den Milchbehälter hier am Vollautomaten ein und zeigen euch jetzt als erstes einen Cappuccino. Hier stellen wir die Kaffeestärke auf Stufe 5 und die Wassermenge des Espressos auf 30 Milliliter, denn wir möchten einen starken Espresso mit möglichst vielen Aromen und wenigen Bitterstoffen. Als letztes können wir die Milchschaummenge einstellen. Auch hier habt ihr wieder fünf Stufen zur Auswahl. Ein Cappuccino besteht übrigens aus einem Espresso und 100 Millilitern Milch. Da sich das Volumen der Milch beim Aufschäumen ungefähr verdoppelt, wählen wir hier 210 Milliliter Milchschaum aus. Jetzt platzieren wir unser Glas unter den Kaffee- und Milchauslass und starten den Bezug. Zuerst wird die Milch aufgeschäumt. Ihr seht, das Ganze geht relativ zügig. Der Milchauslass lässt sich übrigens nicht in der Höhe verstellen. Ihr müsst also darauf achten, dass ihr euer Glas gut platziert habt, damit nichts daneben geht. Jetzt kommt noch der Espresso dazu. Nach knapp eineinhalb Minuten ist unser Cappuccino auch schon fertig. Wir messen hier 69, nein sogar 70 Grad. Das ist auf jeden Fall einer der heißesten Cappuccinos aller 20 Vollautomaten, die wir bislang getestet haben. Die Bläschen sind relativ gleichmäßig und auch ziemlich feinporig. Dadurch hat der Milchschaum eine leicht cremige Konsistenz. Rein optisch ist das auch ein super Ergebnis. Geschmacklich ist der Cappuccino insgesamt gut. Die leichte Süße der Milch und die Aromen des Espresso bilden ein rundes Gesamtbild. Er könnte noch etwas intensiver sein, aber das ist natürlich Geschmackssache. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Deshalb bietet euch der Lattego 5400 die Möglichkeit eigene Profile anzulegen, in denen ihr eure persönlichen Einstellungen für jedes Getränk speichern könnt. Insgesamt stehen euch bis zu vier Farbprofile zur Verfügung. Außerdem habt ihr ein Gästeprofil, wo ihr alles nach Belieben anpassen könnt, diese Einstellungen dann aber nicht gespeichert werden. Wir wollen als nächstes einen Latte Macchiato zubereiten. Wenn wir den Kaffeeauslass bis ganz nach oben stellen, passen bis zu 14 cm hohe Gläser darunter. Hier werden wir diesmal den Extrashot auswählen. Bei der Wassermenge für den Espresso stellen wir wieder 30 ml ein und bei der Milchschaummenge wählen wir die höchste Stufe, damit unser großes Glas auch voll wird. Da der Vollautomat nur einen Milchauslass besitzt, können alle Getränke mit Milchschaum nur nacheinander bezogen werden. Wer gerne zwei Getränke gleichzeitig beziehen möchte, sollte sich den Granaroma von Saeco anschauen. Hier könnt ihr alle Getränke auch im Doppelbezug zubereiten. Dass der Granaroma dem Latte Go so ähnlich ist, ist übrigens kein Zufall. Denn was einige nicht wissen, seit 2009 gehört Saeco zum Philips-Konzern. Daher ähneln sich auch deren Vollautomaten und besitzen unter anderem das gleiche Mahlwerk und die gleiche Brühgruppe. Neben dem Doppelbezug für alle Getränke habt ihr beim Granaroma auch noch mehr Einstellmöglichkeiten. Beispielsweise lässt sich die Milchschaumkonsistenz in vier Stufen anpassen. Wer interessiert ist, findet unser Testvideo zum Granaroma unten in der Videobeschreibung. Doch zurück zum Latte Go 5400. Jetzt kommt noch der Espresso dazu. Für den Extra-Shot führt der Vollautomat gleich einen weiteren Mahlvorgang durch und wir erhalten einen zweiten Espresso für unser Getränk. Durch den Extra-Shot wird unser Latte Macchiato noch einmal stärker und intensiver. Mit dem Extra-Shot benötigt der Vollautomat knapp zweieinhalb Minuten, ohne etwa zwei Minuten. Das ist etwas langsamer als andere Vollautomaten. Unser Glas ist ganz schön voll geworden. Wir messen optimale 66 Grad. Mit der Temperatur haben die Latte Go Modelle absolut keine Probleme. Der Schaum ist ein klein wenig luftiger als beim Cappuccino, aber trotzdem noch relativ gleichmäßig und fein. Geschmacklich kann uns der Latte Macchiato überzeugen, denn die Espressoaromen kommen durch den Extra-Shot gut zur Geltung. Neben den Klassiker-Getränken habt ihr noch Americano und Café au lait, also Milchkaffee. Hier wird ein Teil Kaffee mit einem Teil Milch gemischt. Unter More Drinks findet ihr noch weitere Getränke, wie den Café Crema, den Café Latte, einfach nur Milchschaum, zum Beispiel für Kakao, einer To-Go-Becher-Funktion, Espresso Lungo, Ristretto, Flat White und einfach nur heißes Wasser für Tee. Insgesamt kommen wir so auf zwölf Getränke. Jetzt schauen wir uns noch an, wie leicht sich das Gerät wieder reinigen lässt. Nachdem wir alle Getränke bezogen haben, stellen wir eine leere Tasse unter. Jetzt drücken wir auf Clean, wählen schnelle Spülung aus und starten das Programm. Die kleine Kammer, in der die Milch aufgeschäumt wurde, wird jetzt gründlich mit heißem Wasser durchgespült. Das funktioniert auch sehr zuverlässig, nur hier vorne am Milchauslass bleibt manchmal ein kleiner Milchrest zurück. Daher am besten noch mal kurz mit einem sauberen Küchentuch abwischen. Das schöne ist, die restliche Milch kann im Behälter bleiben, den ihr dann einfach in den Kühlschrank stellen könnt. Wir empfehlen euch, den Milchbehälter alle zwei Tage gründlich zu spülen. Da er nur aus zwei Teilen besteht und komplett ohne Schläuche auskommt, geht das so schnell wie bei keinem anderen Vollautomaten, den wir kennen. Alternativ könnt ihr den Behälter auch in die Spülmaschine packen. Einfacher geht es wirklich nicht. Wenn der Kaffeesatzbehälter voll ist, erscheint dieser Hinweis im Display. Und wenn die Abdraufschale voll ist, steht dieser rote Schwimmer hier nach oben. In beiden Fällen zieht ihr die Behälter einfach nach vorne heraus. Der Kaffeesatzbehälter hat eine gute Größe, denn es passen bis zu zwölf Kaffeepucks hinein. Wie ihr seht, sind die Pucks sauber gepresst und relativ trocken. Die Brühgruppe leistet also gute Arbeit. Hier in der Abdraufschale landet das Wasser der Spülvorgänge, darin sind aber auch ein paar Kaffeereste zu finden. Das ist aber bei fast jedem Vollautomaten der Fall. Kaffeesatzbehälter, Abtropfwanne und Abtropfgitter sollt ihr laut Anleitung einmal pro Woche abspülen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch in die Spülmaschine packen. Um die Brühgruppe zu reinigen, solltet ihr den Vollautomaten zunächst ausschalten und am besten auch vom Strom trennen. Öffnet die Serviceklappe hinterm Wassertank und nehmt die Brühgruppe vorsichtig heraus. Hier sind ein paar Kaffee-Reste der letzten Prüfvorgänge zu finden. Deshalb solltet ihr sie laut Anleitung einmal pro Woche mit klarem Wasser abspülen. Positiv überrascht waren wir vom Innenraum, denn hier haben wir praktisch keine Kaffee-Reste gefunden. Daher geht die Reinigung insgesamt wirklich schnell. Wie ihr die Brühgruppe bestmöglich reinigt, pflegt und einfettet, zeigen wir euch übrigens in einem Extra-Video. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ein wichtiges Thema ist außerdem die Entkalkung. Sie dauert rund 30 Minuten. Dabei werdet ihr über das Display Schritt für Schritt durch das Programm geführt. Wie oft ihr entkalken müsst, hängt zum einen von eurer Wasserhärte ab und zum anderen davon, ob ihr einen Wasserfilter benutzt. Bei weichem Wasser müsst ihr alle drei Monate und bei hartem Wasser ungefähr einmal im Monat entkalken. Der Vollautomat weist euch darauf hin, wann die nächste Entkalkung fällig ist. Wenn ihr durchgehend einen Wasserfilter benutzt, müsst ihr laut Philips nur einmal im Jahr bzw. nach 5000 Tassen entkalken. Wie ihr den Vollautomaten entkalkt und einen neuen Filter einsetzt, zeigen wir euch ebenfalls in einem Extra-Video. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Unser Fazit nach drei Wochen gründlicher Tests. Der Lattego 5400 punktet mit seinem innovativen Milchbehälter, der komplett ohne Schläuche auskommt. Er besteht aus nur zwei Teilen und ihr könnt ihn einfach reinigen oder bequem in die Spülmaschine packen. Alle Getränke waren durchweg gut und vor allem auch schön heiß. Der Milchschaum ist gleichmäßig und feinporig. Es ist zwar nicht der aller cremigste Milchschaum, den wir bislang hatten, dafür ist er aber ab dem ersten Bezug schön heiß. Ein Vorteil, den nicht viele Vollautomaten bieten. Der Lattego 5400 überzeugt außerdem mit seiner guten Handhabung. Er lässt sich über das Touch-Display einfach bedienen und alle wichtigen Einstellungen können mit wenigen Klicks angepasst werden. Natürlich würden euch noch mehr Stufen mehr Raum zum Experimentieren geben. Dafür ist das Gerät so schön übersichtlich und überfordert euch nicht mit zu vielen Details. Den Doppelbezug gibt es für alle Kaffeegetränke. Getränke mit Milchschaum könnt ihr nur nacheinander beziehen. Das ist auch absolut ausreichend, da sich der Vollautomat mit seinem kleinen Milchbehälter sowieso eher an Paare, Singles und kleine Familien richtet. Er ist das perfekte Einsteigergerät für all diejenigen, die einen unkomplizierten Vollautomaten suchen, der sich besonders einfach reinigen lässt. Die Lattego Reihe gehört nicht ohne Grund seit vielen Jahren zu den beliebtesten Geräten auf dem Vollautomatenmarkt. Auch wir sind zufrieden und geben dem Gerät definitiv ein Go. Wenn ihr noch mehr zum Philips Lattego 5400 erfahren wollt, schaut euch am besten den ausführlichen Testbericht auf unserer Website an. Dort erfahrt ihr auch, wie dieses Modell hier im Vergleich zu anderen Vollautomaten im Test abschneidet. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt jetzt den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Patrick von den Coffee Tasters.